Mein Name ist Franzi. Willkommen bei Stich.TV mit 90 Sekunden. Online oder offline mit Freunden? Online. High Heels oder Sneakers? Sneakers. Dein Lieblingsessen? Spinnart. Was dürfen deine Eltern nicht über dich wissen? Gibt's nix. Morgens im Bad brauche ich... Halbe Stunde. Würdest du eher auf Sex oder auf Musik verzichten? Sex. Facebook oder Instagram? Instagram. Lieber für immer taub oder stumpf? Stumpf. Bei welcher Fernsehsendung schaltest du sofort weg? Bachelor. Ein Wort, mit dem deine Freunde dich beschreiben würden? Ähm, lustig. Bist du eher Tag- oder Nachtmännchen? Tag. Welchen Drink bestellst du dir, wenn du feiern willst? Wasser. Wessen Gedanken würdest du gerne hören können? Weiter. Mit wem würdest du dich niemals bedrinken wollen? Mit meiner Freundin. Welches Getränk bestellst du dir immer zum Essen? Wasser. Wie meldest du dich am Telefon? Hallo. Würdest du lieber wissen, wann oder wo du stirbst? Wann. Nenne eine andere Leidenschaft neben Tattoos. Sport. Was hast du als letztes geklaut? 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 Gar nichts. Lieber große oder kleine Brüste? Große. Deine Lieblings-App? Instagram. Das Schlimmste, was zurzeit im TV läuft? Bachelor. Was würdest du niemals essen? Das Schlimmste, was zurzeit im TV läuft. 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 Das Schlimmste, was zurzeit im TV läuft.